Smolder, der feurige Welbling. Lange bevor das Land, das später Kamavor heißen sollte, benannt wurde, lebten dort Drachen. Als die Sterblichen ankamen, folgten Konflikte. Der Streit wurde erst beiseite gelegt, als der erste König von Kamavor sich vor der Drachenmatriarchin demütigte, das Knie beugte und sie anflehte, seine Armeen und alle seine Träume von einem Imperium mit ihrer enormen Stärke zu unterstützen. So kam es, dass der Drache, der später als Großmutter Viper bekannt werden sollte, und der Herrscher von Kamavor den Eid von Vol Vesperi des Invaim schworen, der ihre Familien für die kommenden Generationen verbannt. Die Drachen hielten dem Thron und den hohen Häusern, die die Prüfungen bestanden, und die heiligen Riten des Eides vollzogen, die Treue. Im Gegenzug wurden die Drachen mit Vieh gefüttert und mit Opfergaben überhäuft. Das Gold, die Juwelen und die wertvollen Artefakte, die sie im Laufe der Jahre anhäuften, verschafften ihnen großen Respekt. Und diejenigen, die dreist genug waren, sich den Drachen in den Weg zu stellen, hielten inne bei dem Gedanken, dass ihr eigenes Vermögen zu geschmolzener Schlacke und vom Wind verwehter Asche zerfallen würde. Lange nachdem Großmutter Viper in die Legende eingegangen und ihre Brut stark geschrumpft war, rief der junge König, Viego Santiarul Molach, Volkala Haigari, die Königsdrachen dazu auf, ihn und die ritterlichen Orden zu den gesegneten Inseln zu begleiten. Die Drachen erkannten seinen Wahnsinn nicht und alle Schätze von Runeterra konnten sie nicht vor dem grausamen Schicksal bewahren, das Zerstörung anrichtete. Die wenigen, die in Kamerwur zurückgeblieben waren, wurden Zeugen einer schier endlosen Vernachlässigung und von Konflikten, die sich in dem verfallenen Palast abspielten, während das einst große Königreich um sie herum zugrunde ging. Es sollten Jahrhunderte vergehen, bevor ein neuer Königsdrache schlüpfen würde. Als das Jungtier heranwuchs, zwang der Mangel an Wild seine Mutter dazu, sich immer weiter entfernt auf die Jagd zu begeben. Dies machte das Nest anfällig für weit umherziehende, noxianische Bestienmeister, die den jungen Drachen stahlen und nach Hause segelten, um ihre Belohnung zu kassieren. Kurz vor ihrem Ziel entdeckte die Drachenmutter jedoch den Aufenthaltsort des Schiffes und zerstörte es mit ihrem feurigem Atem. In dem Chaos wurde das Jungtier mitgerissen und von der Strömung auf eine nahegelegene Insel vor dem Festland von Noxus getragen. Verängstigt, allein und hungrig wandte der Schlüpfling die Lektionen seiner Mutter an, um in dieser fremden Umgebung kleine Beute zu jagen und stieß bei einer dieser Jagd auf ein Menschenkind namens Marinos. Der Junge nannte seinen neuen Freund Smolder und als die Kommunikationsfähigkeit des jungen Drachen wuchs, belühte ihre Freundschaft auf. Aber sie blieb ein Geheimnis. Der Junge fürchtete, dass Smolder, sollte ihn jemand entdecken, auf das Festland gebracht und an den Meistbietenden verkauft würde. Im Laufe der Zeit wuchs der Junge zu einem Mann heran mit Verantwortungen, die nur noch selten die Zeit zum Spielen zuließen, die Smolder so sehr lieb gewonnen hatte. Um sich zu amüsieren, beschloss Smolder, Feuerspucken zu lernen, wie die Drachen in Marinos Geschichten. Nach vielen Versuchen spuckte er keine Funken mehr, wie er es unzählige Male zuvor getan hatte, sondern Flammen. Und in seiner Aufregung über diese neue Entwicklung bemerkte Smolder nicht, wie sich das Feuer ausbreitete, bis es das Blätterdach des Waldes verschlungen hatte. Plötzlich, lauter als ein Jagdhorn, lauter als der Donner, schallte ein einzigartiges Gebrüll durch die Luft, als sich ein gewaltiger Drache näherte. Vom aufsteigenden Rauch angelockt, stürzte Smolders Mutter herab und umarmte ihr Kind so liebevoll, als wären sie nie getrennt gewesen. Smolder wurde an seinem Nacken von dem wachsenden Inferno weggetragen und schwebte. Das erste Mal, dass er die Welt so erlebte, wie es sich für einen Drachen gehört. Smolder lebt jetzt mit seiner Mutter auf der Klippe, wo sie so lange auf ein Lebenszeichen von ihm gewartet hat. Jeden Abend erzählt sie ihm die Geschichte seiner Sippe, die Bedeutung und die Aufgaben der Königsdrachen und wie er seine frühen Fähigkeiten verbessern kann. Und eines Tages, wenn er bereit ist, werden sie gemeinsam in die Heimat ihrer Vorfahren zurückkehren, um ein neues, goldenes Zeitalter für Kamavor einzuleiten.